hallo und so leute zu einer folge suchen und retten bei etwa ich war feuer ich bin noch nicht so weit aber jan hostet ja auch er fehlt also noch fehlt ich auf jeden fall so ich könnte aber ich muss erst eine klasse auswählen also ist automatisch zu fallen ich bin jetzt hast du noch dingster team ausgewertet hat jetzt auch auto zu weisen für dich aus gleich wie das letzte mal gespielt haben und wir greifen an wand alter lege 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 ach das ist nur ein baum ja ficken wieso habe ich jetzt eine abschlusskamera und gerade nicht jetzt noch ja ist gut ich habe gerade auf dem bahn in der mitte wo du gerade noch war es und ich bin hört ja genau für die zuschauer wir haben leider geguckt man kann das hd leider nicht ausstellen beim suchen wir können leider nicht aber wir haben so viel spaß am suchen und retten wird auf jeden fall interessanter auch bei einem drei gegen drei wobei es in der letzten runde von uns auch schon wirklich teilweise entscheidend war ja weil wenn du zu zweit und brennt auch ein gegner triffst der kann ein weg machen aber solange halt die marke nicht einsammelt ist das nicht suchen und retten macht natürlich ich glaube das ist eine autosnivea ist keine autosnivea ist eine halbe autosnivea aber ist voll übertrieben weil ich ja nicht verwenden dass man nicht mal denkt behaupten sind wir sind für mich du bist der einzige mach dich an die arbeit wer hat mich darin benötigt was sie was gewährte was sie das ist nicht so schön was sie dass du auch schon die marke einsammeln kannst an der stelle muss man kurz warten bevor man drüber klärt da darf man davon nicht sind ich habe was für uns vergleich guck mal wie gut das ist dass du jetzt kommt schon wieder gleich die erste drohne das exos gehört eine finger hast dann kannst du auch die krippe richtig drücken am entschärfen sonst werdet auch viel zu schwach ja die knöpfe sind richtig hart eingestellt übertrieben so ungefähr 360 kilogramm auslöse druck hast du schon die musik ist vielleicht doch etwas laut wie viele runden ach so drei drei dann wechsel halt so wie wir es halt immer die tun gepflegt haben ja der erste war ganz knapp daneben die nachwand drauf aber da war ja wahrscheinlich schon da war ja da warst du schon als tot gezählt ja ich verruh drauf ärgerlich hat der jan alle drei griffe hat der jan dann hast du richtig gesehen schafft uns zwei griffe ja schafft uns zwei griffe kommt mir irgendwie bekannt vor was hab ich denn weißt du was cool ist lukas hier guck mal hier die ganze dritte hersliden wie hast du das denn gesehen ich weiß auch nicht das kannst du nicht gesehen haben verarscht und da war ich nicht drauf und du warst bei mir drauf und ich bin nicht gestreut aber ich bin ja gar nicht durchgegangen zu lukas gesagt guck mal wo der ist ja wieder neben gestanden das ist ja nicht das problem es wurde von unserem spawn aus beschossen als ich zur a gelaufen ach weißt du was ich wollte gerade mal eine drohne zünden aber hey okay dann töne ich mal eine drohne jetzt oh mein gott doch nicht du warst im sprint da machst du nichts oh josh oh josh zielen ich war voll panisch ich hab damit gar nicht gerechnet du musst selbst panik ziehen aber lukas da kann man drunter hersliden also ich gehe jetzt nach a oder geh jetzt nach a wo ist denn a da wo a steht ist a ne ich dachte wenn ich nicht bitte der hat schon extra in den paar runden jetzt hier allerdings eingesetzt extra nur für mich dann ich fühle mich geehrt nein da habe ich hinterlaufen ja auch noch aus der richtung ja okay das war wahrscheinlich ja du warst mit was ja du warst halt im sprint dazu spürt denke ich mal sieht man jetzt noch was das war jetzt ein bisschen langer ja okay du warst halt noch ja aber ich habe auch viel zu langsam reagiert ja okay du warst halt im sprint und basti nicht das ist halt dann entscheidend ne ich habe gerade fertig mit spättern dazu ich habe gerade fertig mit spättern dazu wo bist du oh mein gott ja ich mach hier ne äh basti ich habe die bombe ich habe keine waffe drin hast wenn du keine waffe drin hast wenn du keine waffe ist das dann stark das messer es ist genauso stark wie dein normales messer bloß dass es halt auf maus klick machst ja und du läufst schneller aber es hat nicht mehr range oder so ne 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 nicht dass ich wüsste nicht dass ich wüsste ne und wie die melodie auf einmal nicht mehr spannend ist wenn man sich unbeabsichtigt aus Versehen irgendwo hinwarpt ne das ist auch faszinierend kassiert mir ehrlich gesagt oder nicht ja du wurdest sogar direkt kassiert ja ich war ganz woanders und der sagt also das ist kein zufall dass ich gekommen bin ne das meine ich nicht ich stand da gerade drin und habe auf die tür gezielt also ich war gerade dabei auf die tür zu zielen ich hab dich ja schon gesehen so ist es ja nicht ich merke nicht wenn man denkt man hätte noch ne chance gehabt und dann wird man irgendwie erledigt ich hatte auf jeden fall noch ne chance oh mein gott ich weiß nicht ob ich das einsetze wobei es auch mal eine runde die dadurch gewonnen wird eventuell verbündete wolken über uns ja 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 ich weiß nicht ob man die abschussserie nicht vielleicht doch ausstellen sollte weil du hast ja punkte serie keine abschussserie und das reicht schon zweimal sind schon krass du kriegst bei suchen und retten so punkte hinterher geworfen ja das stimmt schon können wir bei können wir einfach raus nehmen aber wir können ja ja drohne du brauchst halt nen kill entschärfen und du hast schon deine drohne ja fast ne ziemlich genau mit wenn du den abschuss einsammelst kommst du drauf ja ok das natürlich das ist halt bisschen krass wenn du einfach für jede gewonnene runde ne drohne kriegst ich drücke ja meine schon nicht ne aber ich wills halt erklären ne ist halt nicht so ganz balanced ne ernsthaft ich dachte ich hätte einen gesehen hab ich auch ne hast du nicht bist du erst gerade da hergekommen nicht naja ich bin bei der uns auf der karte gesehen deswegen ja ok ich dachte ich habe da hinten ich dachte ich hätte hingesehen wo ist das denn ok aber ohne scheiß ja du wolltest da war ich drauf und zwar gut und zwar warte ich zeigte an wann jetzt ja ich habe es ja gesehen dass er sich ich habe mein maga leer geschossen und die können wir nicht das war dann das war gewaltig man wir können ja beim nächsten mal einfach dings ausnehmen weil das problem ist halt dass dann alle gewichtspunkte nur noch in die waffen parks na ich finde 13 so ein bisschen viel ehrlich gesagt kann man das runter regeln nein ja er macht mich direkt er macht uns beide ich habe sogar nie bekommen dafür aber ich habe den hätte gegeben durch seine abschuss kein passiert ja immer ein oder bei dem ok ist das blut auch so schlecht aus ja aber auch keine großartige grafische leistung rein investiert warum sollte man auch was sie warum tust du sowas ich habe noch nie gespielt ja toll weißt du ich renne weg was für eine range hat das teil eigentlich die hat sogar noch verminderte range gehabt weil ich habe mich einfach erschreckt weil ich dachte was die wir auf einmal das war jetzt so schlecht ganz ehrlich dass der gezählt hat weiß ich nicht warum ganz ehrlich ja wenn du im flug bist dann kannst du kaum zielen weil du dann zu lahm bist weißt du dann war kacke sorry lukas ich finde wir sollten die abschussserie nicht generell ausmachen also so eine drohne kann man ruhig mal drin lassen weil dann muss man sich halt anpassen dann kann man halt eiskalt rein machen dann macht man halt die drohne einfach nur rein wir können ja unsere nein ja ok gut gemacht wo war das denn ja der hat mich auch schon eingesammelt ja trotzdem würde ich gern wissen wo der ist äh b seite alter hinlegen blockiert was für einen lag ich hatte man hat den sprung irgendwie dreimal gehört oder so ja ich bin auch irgendwie dreimal gesprungen aber ich weiß nicht warum hinter dir her gejumpt ist den habe ich aber nicht gehört ich habe den selber so viel scheiße gemacht so viel laute scheiße gut geschossen da war schnell drauf seitenwechsel das geht das wird das wird ja ich habe meine form wieder davon ne und ich jetzt mal mit einer anderen waffe ich habe meine anderen abgewogen auch diese waffe ne und dann bei dem ambulanzwagen nein bei ah oh mein gott da vorne kann doch nicht wahr sein du krust was ist denn das immer mit uns ja 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 ich wünsche ich glaube anzugucken wir wissen wo ist aber ich habe schon freie kamera eigentlich eingestellt da musst du glaub ich messen also was drücken dann bist du raus ich hab noch offene ansicht von dir die freie kamera ja okay freie kamera auf dir das ist zwar auch interessant wenn ich nicht in der wand werden ist eine freie kamera drücken ich finde ich finde ich finde es schon interessant zu sehen wo die person hinzieht die bombe wurde platziert der sausa kam hat folge sehen wir jetzt haben können das sieht man richtig schön zack da hast du gesehen wie kann man denn unsichtbar sein das ist ein exo fähigkeit aber du siehst die gar die ja so semi überschätzt ich finde sie jetzt nicht so stark oh mein gott es war so kann dieses scheiß ich kann dieses scheiß totenkopf ding einfach mal weg das war mega neun das liefst da wirklich mal nichts in der mitte ja wir haben erst mal ein bisschen weg ich verschwinde ich gehe um diese vorrichtung ok ab jetzt haben wir es wieder nein das habe ich verkackt der kam halt aus schießt eine hinterher dann rennt er weg und schießt einer auf den anderen weg und entschärft dann einfach weil er vielleicht nicht so schnell wieder da ist doch wieder reingerannt ich bin in der mitte zwischen a und b gestorben alter habe ich mich erschreckt was die ich habe dich nicht gesehen da war ich schon tot oh wie gern wüsste ich jetzt was die ist okay ich habe gehört das reicht das war ein bisschen ärgerlich alter basti hast du mich erschreckt ich habe dich nicht gesehen ich hätte eigentlich schwören können dass du in dem fenster schon gehabt hättest aber die sonne hat geblendet habe ich so ein bisschen auf die sonne geguckt habe ich doch richtig gehört jetzt hängt alles scheiße der war auch bei dementsprechend ich habe versucht ich habe gesagt der jan sammelt bestimmt sofort ein ja lange beschimmelt und da ist nicht außerhalb das wüsste ich nicht mit sachen die weiß ich nicht ich fände mir auch ein bis zweiten heraus alter das war jetzt mehr lang dass mich gar nicht seht nein ich will das nicht sehen kann das weg drücken von minus 20 würde ich gerne spielen dann basti auch mal so leicht wenn die zwei runden jetzt auch nicht und das war keine große klappe wir haben jetzt gleich wieder so ein standard ich habe noch nichts zu tun ich würde gerne ich würde trotzdem gerne ein bisschen noch spielen ja ich möchte auch trotzdem kein 12 11 bei doch lieber 12 11 11 12 aber ja wie kann das sein ich gucke einfach auf den boden aber auf dem haus was macht er denn da nein ich habe nicht ganz so viel mit gerechnet ja wie du noch hörst wie ich die marken sagen und ich wusste er kommt wieder hat die klappe wir haben schon zu viel zusammen gespielt unsere kurze session an am early exister kurze session von 18 stunden insgesamt ach du bist das nein ich habe eigentlich gemacht er ist bei sich am spawn ich bin gespawnt wo wir fast wo du mich eingesammelt hast muss halt drin alter jan du hast die knappen dinger heute ich habe schon gar nicht gesehen find in park ausgesichtet ich hatte den auch nicht gesehen aber ich war schon wieder voll drauf stellte meine fresse er ist schon wieder so spannend option grafik erweiterte ich hätte gerne einfach zurück ich auch deswegen hat er mich jetzt vom sporn weggeballert deswegen ja weil ich stehen dass du mein fob wieder einsteig ich habe auch eingestellt in dem fall hast du nicht gestanden dann bist du gelaufen ja weil ich gerade losgelaufen bin du hampelmann ich habe dich das jetzt mal aber auch so früh gesehen verarschen da stand ja nur 15 sekunden nach start noch da am spawnen aber wahrscheinlich kann es dann gar nicht gewesen sein ich wollte auch schießen ich darf nicht ich kann dir einstellen dass nach so und so vielen team abschüssen automatisch gekickt wird gekickt private mach er nur noch eins gegen eins alter leckt doch nicht so ja genau boah nur ein rascheln gehört er ist nervös in der mitte in der mitte im gebäude der ist auf der seite ich habe erst mal den der glasscheibe eine kopfmasse gegeben ich hatte keinen namen weil du an der ecke warst ich hatte tatsächlich keinen namen okay viel spaß den punkt darfst du holen warum hatte ich denn keinen namen den man für den kopf nicht sehen konnte ich habe nur deine schulter gesehen der ist ins krankenhaus gelaufen was die höhe wo ist denn hier im krankenhaus stimmt das zwei primärwaffen ja ich habe ihn aber gut okay du warst im sprint also es ist ja machst nix aber es ist ein bisschen ließ mit dem unsichtbaren ne ja okay du siehst das siehst das relativ gut du siehst es halt minimal später ja du siehst das schon so ne zehntel oder sowas realisierst das krass wenn du im sprint zieht bist du siehst du deutlich später weil alles noch nicht drin ist ja es hat aber genauso vorteile ich finde aber wenn du hingegen ruhig liegst siehst du das genauso schnell wie eine normale person ich finde dann schimmert das zu krass parkhaus neben dem rtw oder so nein die marke will ich haben wooo das war zu göttlich oh mein gott oh nein 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 ich geh die ecke der kommt bestimmt der kommt bestimmt danke leute fürs zuschauen und bis zum nächsten mal